Guten Tag, hier ist euer Omni mit dem letzten, eigentlich vorletzten Video, mit den T4 Büchern. Ich musste mich jetzt hier an einer Tierliste bedienen, die alles beinhaltet, außerhalb vom Add-on die weiteren. Aber ja, gut, ich habe sie eben auch geordnet, die werden leider beim Presentation-Modus wieder komplett geändert. Das heißt, wir werden immer so vorgehen, dass ich die einzelnen, die ich kenne, rausnehme von den T4. Und ich werde für die letzten zwei, die natürlich die Erweiterung dazugekommen sind, also Sturmreiter und Divergenz, oder wie das heißt. Also auf jeden Fall dieses Unterbrechensbuch von Empires and Ashes, die werde ich dann einfach statt irgendwelche Stadthalter für einnehmen. Also Placeholder, die dann irgendwie das ersetzen werden. Ja, wenn wir hier reingehen, ich meine, dass das tatsächlich schon das erste ist. Wir gucken einfach mal im Spiel, ansonsten auf jeden Fall, das hier ist eins der T4 Bücher. Ja, und da haben wir das Buch der Astralkonvergenz. Was haben wir da? Belagerungsprojekt, 3er Belagerungsschaden. Es gibt keinen Türmer, die dem Verteidiger helfen können. Jo, werden elektrifiziert, kriegen Schaden, ist ganz nett. Habe ich noch nie benutzt, aber bestimmt ganz cool. Dann beschwören wir eine Astralschlange oder einen zufälligen Astralsauger. Das finde ich ganz cool. Und Angrenzen werden ja auch nochmal geschädigt, was auch eine ganz nette Sache sein kann. Auch das habe ich kaum benutzt. Ich habe das Buch generell kaum benutzt, sage ich ganz offen. Kommen wir ja zu, warum. Feindlich Provinz, die kein Buch als Wunder enthält. Provinzverbesserung wird zerstört. Ja, und da kommt irgendwie so eine Astralmeer-Kreaturen-Armee heraus, die plündert. Mhm, nett. Dann haben wir erhebliche Anpassungen, haben wir einfach ätherisch dazu. Ätherisch finde ich okay. Man hat halt dann den krassen Blitzwiderstand. Es ist schon nicht schlecht mit Passieren und so weiter, dass man viele Widerstände hat. Das ist schon nicht schlecht. Und wir kriegen Astralomen. Ich glaube, das ist mal geändert worden, aber bin ich wieder nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir da zufällige positive Effekte, was das ganz cool macht an sich. Und wir haben Kaskadierende Kraft. Kaskadierende Kraft heißt zufällige Einheit, also den gesamten Kampf darüber, wo ich das verstehe. Zufällige Einheit erleidet dann 20 Blitzschaden. Und für jeden Stapel erleidet eine andere zufällige Einheit Schaden. Genau. Ja. Und dann können wir noch Arcane Wellen nehmen. Und die wird bei jedem gewirkten, verbundenen Zauber gestärkt und so weiter und so fort. Ich finde es ganz cool. Also die Anpassung ist cool. Also es ist okay. Wie gesagt, ihr merkt schon, ich habe das nicht so oft benutzt. Ist irgendwie nicht mein Stil von einem Buch. Bei 4 erwarte ich halt immer krasse Einheiten oder ultra krasse Einheitenverzauberung, weil ich jetzt eigentlich nur meine T3-Einheiten spiele oder halt meine klassenspezifischen, also Einheiten klassenspezifischen Einheiten. Und das finde ich hier nicht. Ätherisch ist trotzdem ganz cool, weil man halt sehr viel Immunität mitnimmt. Aber da gibt es halt tatsächlich bessere, in meinen Augen. Genauso wie es bessere Belagerungsprojekte gibt. Das hier ist tatsächlich wirklich nicht schlecht, aber dafür würde ich das Buch jetzt nicht unbedingt kaufen, sage ich mal. Der Rest ist nämlich eher so, ja das ist halt einfach Gimmick. Also es ist nichts Besonderes. Die Heldenfähigkeit ist jetzt, ja, kann man halt machen. Gewirk Zauber ist ja nicht verkehrt, aber es ist halt insgesamt nichts Beeindruckendes in meinen Augen. Ja, deswegen, Ahnung. Ich sage mal C, also für mich, ich spiele es halt nicht. Man kommt ja eh, bei 3 ist ja so, das ist in meinen Augen so, wo das der höchste Peak der Power ist, weil 3 sind sehr viel starke Einheiten, T4 dabei, sehr gute Einheitenverzauberungen und man kommt relativ gut dran. Bei 4 ist es so, die Spiele in Age of Wonders dauern ja leider, leider nicht sehr lange. Das heißt, bis zu T4 zu kommen, teilweise gerade auf höhere Schwierigkeitenstufe und so, das dauert schon so eine Zeit und dann möchte ich natürlich auch was haben, was mich so richtig aus den Socken haut. Gucken wir uns mal das nächste an, Dämonen irgendwas, was auch das wohl bietet. Buch der Chaoskanalisierung. Da haben wir Anfachen des Infernos, alle feindliche Einheiten kriegen 5 Schaden und werden brennen belegt. Finde ich ziemlich cool, alle ist immer ganz gut. Gerade wenn alle dann wirklich brennen auch bekommen, man kann nicht Immunitäten haben und so weiter. Aber ist ganz cool, da vielleicht auch was zu exploiten, wo man mehr Schaden gegen verbrannte Einheiten macht mit dem T1 Buch. Gute Sache, Goldene Horde ist ziemlich cool. Vollständiger Meer aus zufälligen T1 Einheiten ist extrem gut, die keine Speer sind, auch ganz wichtig. Und ja, da kann man auch noch hier beim Wirken in einer feindlichen Provinz, die sofort geplündert hat, was auch ganz nett ist. Dann haben wir eine coole, geringe Erfolgstransformation. Hatten wir beim T3 Buch schon einen Frostling, diesmal haben wir uns Flammenspross. Flammenwiderstand, rachsüchtige Flammen, dadurch kriegen die mehr Schaden oder verursachen Schaden nachher von Feuer und können brennen verursachen. Und wir hinterlassen halt feurige Flächen und Immunität gegen Brennen. Ziemlich cool, finde ich sehr gut, kann man immer mitnehmen, wenn man es nebenbei macht. Dann haben wir, also wir kommen ja gleich dazu, wo es vor allem wichtig ist, aber generell die drei Zauber sind einfach schon super gut. Gerade wenn er auf Kultureinheiten spielt, ist das natürlich nochmal super, aber die anderen beiden sind auch schon sehr stark. Dann haben wir Opfer Schlachtung, habe ich noch nie benutzt, glaube ich, wieder. Also immer selten, das heißt meistens mit meinen Augen dann nicht gut, aber ich übersehe natürlich auch, wann. Tötet eine verbundente Zieleinheit, Entschuldigung, feindliche Einheit im Umkreis von zwei Fällen, allein Schaden. Und eine zufällige Schwächung pro Stufe der Opfer, also ja, okay, jetzt weiß ich, warum ich sie nicht nutze, finde ich jetzt nicht so übermäßig stark. Generell eigene Einheiten töten, außer Beschworene, ist halt immer eine schwierige Sache. Aber wir haben einen dämonischen Fokus, was ziemlich cool ist, wenn eine andere Einheit im Kampf stirbt, erhalten verzauberte Einheiten gestärkt und temporäre Trefferpunkte. Das heißt, egal welche Einheit stirbt, kann man als Kampfmagier gut mitnehmen und dadurch im Gesamtpaket eine ganz coole Sache. Chaotischer Rüffel ist angreifend innerhalb von zwei Feldern erhalten, einzufägen, Schaus-Effekt, ja, ist okay. Die drei Erste sind halt die coolen Sachen dabei, der Fokus ist nochmal was Gutes als Einheitenverzauberung, die Opfer Schlachtung finde ich ehrlich gesagt nicht so toll. Dadurch ist es ein ganz gutes Buch. Das hat auch normal bei B ein, würde ich sagen. Das ist nicht überwältigend, wobei diese Armee, dieses Deck schon Richtung A geht. Einfach mal irgendwo so ein random Stack zum Plündern oder so rausziehen, ist sehr mächtig, muss man einfach sagen. Also, ich weiß nicht, komm, mach mal einfach einen Arm, weil man hat auch eine gute Transformation dabei. Man hat eine okay, also ist schon okay die Verzauberung, die Einheitverzauberung, nur für Kampfmagier natürlich. Oder ihr spielt Unterstützung, ihr Wahnsinnigen. Aber ist, ja, ist machbar, ne. So, dann gehen wir mal weiter hier durch, ich weiß, dass das ein T4-Buch ist, also würden wir einfach mal weitergehen. Wenn ich hier jetzt vergessen habe, werden wir es nachher noch feststellen. Buch der Erhebung. Da haben wir die Engels-Transformationen. Wir sind ja jetzt bei den erheblichen Transformationen auch. Wir hatten auch schon vorher ein paar. Aber hier haben wir nochmal die Engel. Man wird himmlisch. Dadurch hat man sehr viel Schwächen, was ich ein bisschen kacke finde, ehrlich gesagt. Man kann aber nicht mehr Gedanken kontrolliert werden oder Berserkerwut oder sowas bekommen. Und man kriegt halt Moralbonus. Ja, ist halt nett für die Strategie, die ich ja bei T3 schon angedacht habe. Mit Moral abziehen, 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 abziehen. Und dann hiermit nochmal noch mehr Moral abziehen. Aber ich glaube, da sind wir schon im Level. Da habt ihr schon so viel Moral abgezogen, dass die die Einheiten schon so abhauen. Von daher ist es halt, weiß ich nicht. Und ich glaube, man hat auch nicht mehr, also hat man wohl Fliegen, genau, klar, natürlich. Und Gläubiger halt, was für manche andere Zauber halt richtig wichtig sein kann. Ist eine coole Sache. Sieht vor allem super aus. Das muss man einfach sagen. Ist auch schon cool. Aber, ja, ich finde die erheblichen Transformationen eh alle so ein bisschen... Da muss man mal gucken, ob man will. Naga ist mit Abstand die Beste, kann ich jetzt schon mal sagen. Also da gibt es nichts, was da rankommt an Naga. Es ist halt, außer ihr wollt halt Kavallerie spielen, ist es die Beste, die es gibt. Punkt. Also wer da was anderes sagt, keine Ahnung, könnt ihr ja gerne erklären. Dann haben wir aufgestiegene Krieger. Einfach ein Rang höher. Ist natürlich für Evolutionsstrategie super. Für alles andere ist es nett. Kann man nebenbei mal zaubern. Warum nicht? Kann man mitnehmen. Und jetzt kommen wir zum absolut wichtigsten Schrein der Vernichtung. Dieser Schrein ist absolut bastelt. Also wenn ihr schon mal hier dieses Drachen-Let's Play gesehen habt, wo ich da meine Stimmchen vorstellt habe und so weiter. Es ist halt so brutal, weil ihr 15, 15 Schaden macht. Und ihr kriegt pro verbündeter gläubige Einheit. Und man hat ja dann, wenn man es gescheit spielt, auf jeden Fall 10, also bis zu 10. Nochmal 20 Geistschaden und 20 Feuerschaden. Das heißt, ihr kriegt einen 35, 35 Angriff, der 70 Schaden also macht. Und 50% des Widerstandes auch noch ignoriert. Also nehmen wir ein Beispiel. Wir haben 60% Magierreduktion, also Schadensreduktion. Und machen das mit 50% weg. Also haben wir noch 30%. Das heißt, von den 70 Schaden kommt nur noch sehr viel durch. Komplett krank. Und als wenn es das noch nicht gewesen wäre. Kann auch noch hier eine göttliche Vergeltung kommen. Wobei sie das offensichtlich geändert haben, was auch sehr wichtig ist. Das war nicht früher ein AOE, der auch auf Reichweite geschossen werden kann. Jetzt ist es tatsächlich so, nur im Umkreis. Und der Schaden ist extrem lächerlich geworden, zum Glück. Das war tatsächlich schlimmer früher. Also deutlich schlimmer. Also von daher ist er nicht mehr ganz so bastelt wie früher. Aber der zermalmende Gebetsschluss ist trotzdem noch extrem, extrem, extrem stark. Aber man hat es so ein bisschen gekontert schon. Oder ein bisschen schwächer gemacht. Und man muss hier drei Aktionen haben. Früher war das, glaube ich, dass das AOE drei Aktionen hatte. Und das hier war eine Einfachaktion. Aber dann hat er auch der AOE die Fähigkeit. Es ist auf jeden Fall genervt worden. Was auch extrem wichtig ist. Weil diese Einheit war auf brutaler KI. Wenn man lange gewacht hat und ein schönes Spiel haben wollte. Und die kamen mit zehn von den Dingern einfach nur brutals. Weil da ist es noch immer eine sehr gute Einheit. Weil sechs Reichweite ist natürlich schon cool. Und man kann ordentlich damit reinhauen, wenn man gescheit damit spielt. Aber nicht mehr so schön wie früher. Dann haben wir Einheiten wiederbeleben. Ja, wiederbeleben ist halt immer cool. Tempel der Erhabenen kriegen wir Mana und Stadtstabilität. Ja, und Stadthalterbonus wird verdoppelt. Auch in Ordnung. Die Herrscherstatue ist sehr cool. Aber auch wieder vor allen Dingen, wenn ihr wieder auf Basalenmobilisierung spielt. Da ist sie tatsächlich sehr stark, weil ihr drei Imperium pro Basalenpakt bekommt. Oder freie Städte der Stufe 3. Oder Verbündete Reiche. Ja, und sonst kommt der Herrscher früher zurück. Sollte eh nicht passieren, als er stirbt. Weil dann habt ihr meist das Spielschuh verloren. Oder zumindest sehr schwer wieder aufzuholen. Und wir haben Erhabene Brillanz. Dann können die geblendet werden. Finde ich sehr cool als Gesamtpaket. Was mir natürlich fehlt, ist so eine Einheit-Verzauberung. Die Einheit war halt eigentlich das, was es auf jeden Fall in S-Tier in meinen Augen setzen würde. Da die jetzt genervt wurde und trotzdem der Angriff noch sehr stark ist. Hier sind sie jetzt bei mir ganz so weit oben. Ich führe es trotzdem nur eines der besten Bücher ein, auch bisher. Ja, packen wir es in Richtung A. Ich würde es da vorsetzen. Ihr könnt es auch S setzen, aber die Einheit ist ja ein bisschen genervt worden. Von daher ist es nicht mehr ganz so schrecklich, wie es mal war. Machen wir weiter mit dem, wie heißt er nochmal, gehörenden Gott. Buch des Naturzorns. Zerstörerische Wildwiderwuchs. Oh mein Gott, schrecklicher Name. Feindliche Provinz, die kann alles wunderbar sein. Zerstört, erhält Wald. Ja, bla. Finde ich halt immer nicht so nett nutzlich. Ich glaube, im Multiplayer wäre das schon ziemlich gemein. Aber sonst, ja. Das ist ganz cool. Alle verbündeten Einheiten ohne irgendeinen Catch oder so, hat 25 HP. Alle Aktionspunkte auf. Aber werden wir mit Berserker Wut belegt. Trotzdem, wenn wir das gescheit timet, sehr starker Zauber. Sehr, sehr starker Zauber. Auch selten benutzt, aber ist halt einfach ein sehr starker Zauber. Haben eine Rückentwicklung. Bis zum Ende des Kampfes kann irgendeine Einheit, die kein Held ist, egal welche, bis in ein Tier der Stufe 1 verwandelt werden. Super stark. Und, ja, betäuben bei Widerstand. Also man hat auf jeden Fall eine Betäubung. Kostet wohl auch 40 Kampfpunkte. Aber ist schon nicht schlecht, wenn man das auf eine T5 Einheit anwendet oder so. Oh, kann schon was auf jeden Fall. Erweckung des Waldes. Wald wird entfernt und dann kommt da irgendwie so eine Armee und Pflanzenarmee raus. Auch Pflanzen- und Tierarmee raus. Auch ganz cool. Und wir haben den gehörten Gott, der auch eine ziemlich coole Einheit ist, weil er diese Pflanzen erwecken kann. Aber die kann man ja nur mit Flora Hindernis machen. Denkt dran, können wir nicht einfach so beschwören. Die wilde Eruption ist aber natürlich krass, weil da kommen lebende Ranken auf jedem unbesetzten Feld und macht 30 Schaden. Sehr, sehr cool. Und der Wiedererlangungsbolzen. Alle angereizten Einheiten um diese Einheit werden um 15 geheilt. Ist eine mythische Einheit. Denkt dran genauso wie der Schrein da. Das heißt, ihr könnt die nicht wirklich buffen. Der Schrein allerdings ist ein Konstrukt, müssen wir dann denken. Seht man hier jetzt wieder leider nicht. Wie gesagt, wir gehen jetzt nicht nur in die Einheiten rein, sonst ist es zu lang. Ein Konstrukt, das heißt, ihr könnt die natürlich über Konstrukt-Sachen noch buffen. Das hier ist aber einfach nur eine mythische Einheit und die hat keine Einheiten-Klasse in dem Sinne mehr. Deswegen wird sie auch nicht mehr überhaupt... Ist aber natürlich schon so sehr tanky und alles. Finde ich auf jeden Fall eine sehr starke Einheit. Ich spiele aber, wie gesagt, meistens immer mit Einheiten, die eine Einheiten-Klasse haben, weil da mehr Buffs draufsetzen können. Und dann vernichte ich eigentlich immer alle T4 und 5 Einheiten, die mythisch sind. Aber gut, ist halt so. Und wir können hier Tier- und Pflanzen-Einheiten im Umkreis werden 5 gestärkt gesetzt. Ja, ist auch ganz cool. So am Anfang einfach mal draufhauen. Und das hält ja dann, glaube ich, 3 Runden. Steht jetzt hier nicht explizit drin. Aber sollte 3 Runden immer halten. Auch ziemlich gut. Kann wohl nur einmal pro Kampf auch nur angesetzt werden. Ich finde, ein sehr gutes Rundum-Paket. Auf jeden Fall in Arm mit rein, weil man einfach alles hat außer der Einheitenverzeugung. Die würden mir jetzt fehlen für S, damit man da wirklich sagen kann, oder ein cooles Gebäude oder sonst irgendwas, man sagen kann, das geht jetzt in S rein, weil die Einheit ist sehr cool. Zauber sind sehr cool. Da kann man auf jeden Fall gut mit arbeiten. So, jetzt wird es schon schwierig für mich. Das ist noch ein T4-Buch, das weiß ich auf jeden Fall. Auch wieder das zweite Naturbuch. Buch des Paradieses. Eines von meinen Favorites. Einfach wegen Gaias auserwählen. Ich mag diese Transformation. Die ist natürlich eigentlich nicht so super cool. Weil wir hören halt zur Pflanze. Und Pflanze heißt, wir haben sehr viele schlechte Schwächen, also Schwächen dazu. Können natürlich mit Flammensprost das wieder kontern. So ist es nicht. Dann habt ihr wieder auf 0, glaube ich. Gucken wir nochmal. War es 0 oder was? Ja, war 0, genau. 4 war Feuerwiderstand. Aber müsst ihr natürlich schon 2 T4-Bücher haben. Und 20 HP und 3 Statuswiderstand. Ist ganz cool. Im Nachhinein ist es halt einfach nur, weil ich liebe halt HP. Was denken wir nachher so 200 HP-Einheiten habt? Ist schon mächtig. Vor allem, wenn man die noch heilen könnte irgendwie. Ja, die ist auch immer nicht schlecht. Lebende Pollen. Alle verbindete Einheiten erhalten 15 Moral. Alle. Und abgelenkt werden alle feindlichen Einheiten auch wieder sehr stark. Verzauberte Blüte kommen wieder irgendwann mit Gelände. Grasland. Und dann kriegen wir mehr Zeug vom Grasland. Haben wir schon mal bei Frost, glaube ich, gehabt. Diesmal ist es ein Nahrungsprodukt zu. Pollen der Natur. Das ist tatsächlich einer der wichtigsten Zauber, die man niemals unterschätzen darf, Leute. Wenn ihr alles, egal was ihr mitnehmt, nehmt das mit. Und dieser Zauber ist sehr wichtig, wenn ihr wirklich einen ausgedehnten Feldzug macht gegen eine KI, die euch 20 Stacks gegenschleudert auf brutal oder generell, wenn ihr es macht, weil ihr hiermit eure verfluchte Trefferpunkt-Regeneration verbessern könnt. Also erstmal kriegt ihr generell alle verbindeten Einheiten in der anvisierten Provinz haben plus 15 maximal Trefferpunkte und regenerieren 15 noch mehr dazu. Das heißt, ihr kriegt im Kampf damit auch mehr. Und denkt dran, es steht ja hier, in der anvisierten Provinz. Ihr könnt das auch im Neutralen oder verbinden. Also ihr könnt vor dem Gegner irgendwo ins Gebiet reinsetzen und könnt dann schön einen Kampf abwachten. Die KI greift ja gerne an, was ja auch richtig so ist. Langweilig, wenn sie immer nur weglaufen würde. Und dann könnt ihr so einen richtig entscheidenden Kampf damit pushen mit 15 HP auf jede Einheit dazu. Das, wie gesagt, merkt ihr ja, ich liebe HP. Da habt ihr schon durch dieses Buch 35 HP für eure Einheit dazu. Dann haben wir einen Anhalt in den Stadtsauber. Stadtschabilität kann ganz cool mit Convent kombiniert werden. Ja, ist natürlich jetzt okay. Und Einnahmen im Boni werden verdoppelt, was auch ganz okay ist. Dann haben wir einen Anhalt in den Stadtsauber 2. Diesmal Befestigungszustand einfach dazu und noch mehr Befestigungszustand. Relativ langweilig. Wir haben Garten der Gelegenheit, noch mehr Stadtschabilität und pro angrenzenden Grasland, was er ja durch verzauberte Blüte her erholen kann. Das heißt, mit so untümmlicher Kultur, mit dieser Krähe. Super krass. Also da brauchen wir nicht drüber zu reden. Da die Stadtschabilität auch wieder geboostet wird, könnte auch auf Convent wieder gehen. Ist sehr cool. Und ja, plus 10 Stadtschabilität. Die Stadt kriegt das. Und der Held beginnt mit 20 Moral. Ein sehr krasses Auf-deine-Moral-Ding. An sich hole ich es deswegen immer meistens. Und deswegen. Die beiden sind für mich die stärksten. Insgesamt ist es ein okayes Buch. Ich finde es jetzt nicht überragend, weil die meisten Zauber sind so, naja, sehr situativ. Klar, Stadtschabilität kann man immer gebrauchen. Kostet aber auch natürlich ein Abgeben und so weiter. Ja, das ist natürlich nicht schlecht bei allen Einheiten abgelenkt bekommen. Ist auch schon eine gute Sache. Ja, wo ist jetzt ein B? Ich meine, ich mag Gaias Chosen, aber das ist halt vergleichbar mit denen, glaube ich, nicht so gut. Lammenspross. Ist das ein A oder ist das eher ein A? Also B plus dann schon, ne? Also die Kombination ist halt wieder so Nischenhaft. Ich mag es halt nicht so zu sagen, okay, hier Stadtschabilität. Stadtschabilität alleine ist halt nicht so gut, dass ich sage, oh ja, Stadtschabilität. Da läuft aber alles weg. Das ist einfach nicht so in meinen Augen. Von daher, lasse ich es jetzt auf jeden Fall mal so stehen. Man kann aber auch durchaus über A diskutieren. Dann kommt das nächste, das hier mit dem Adlerreiter müsste es sein. Also Vorbild heißt er ja mittlerweile. Wahrscheinlich schon immer, ich habe es nur immer Adlerreiter genannt. Extrem starke Einheit. Vorbild ist super, 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 super gut. Acht Verteidigungen ohne irgendwelche Buffs. Ist eine Schildeinheit. T4. Kann fliegen. Buff die Moral von Erfolgbündeten hat einen 10-8 Nahkampfangriff. 110 HP. Dieses Viech könnte zu einem derartigen, brutalen, nervigen Monster upgraden, dass ihr einfach, boah, alles einfach wegfetzt. Und ihr könnt halt auch noch Buffs hinzugeben. Was ja auch noch krass. Verbildete Einheiten in einem Umkreis von zwei Feldern. Wegen Moral, die ganz auf 20% schaden. Komplett krank. Und ihr könnt es halt, weil es ja eine Kultureinheit ist, mit allem Buffen, allem, was ihr finden könnt. Was auf Schildeinheiten und eure Kultureinheiten geht. Super krank. Also wirklich exzellent, diese Einheit. Liebe ich absolut. Und ich hasse es, wenn die KI das hat. Weil diese Viecher können einem so auf die Nerven gehen. Wenn ihr noch das Mal der Überlegenheit habt, wo die unsterblich werden, dann heilen die die nochmal um 20, 30 oder 70. Oh, das ist so brutal. Dann haben wir das Monument der Überlegenheit. Ist nicht so gut. Das kann halt, ne? Stadtschabilität pro gebauten Ding. Naja, geht so. Armee verbanden, ne verdammen, Entschuldigung, ist schon gut. 20 Schaden und werden verurteilt. Kann man halt wieder als, ähm, wie sagt man nochmal Opener benutzen, ne? Dass er die ersten Buffs hat, um dann wieder andere Sachen drauf aufzubauen. Und sehr, sehr, sehr stark auch Siegeshymne. Einfach alle Einheiten, 30% mehr Schaden. Und 15 Moral, wodurch sie mehr Krippen. Komplett krank. Und noch überlegene Magie, was noch auch noch ein extrem starker Zauber ist. Weil er allen verzaubernden Einheiten erstmal Eifer wieder mehr Schaden. Also 2 oder 3, was ist es nochmal? 2, glaube ich. 2 Geistschaden und wird durch Gegend verurteilt. Was ihr ja mit Armee verbanden, verdammen könnt, mein Gott. Was ihr erreichen könnt, auf 4 erhöht. Und die Platzen, die eine, haben wir ja schon mal gezeigt. Guckt euch an, bei Vasallemobilisierung. Und alle eine angrenzende Feindliche Einheitliche Nummer 20 Geistschaden. Extrem krank. Ihr könnt das auch bei euren Helden machen. Und wichtig ist, da klappt es bei allen. Ne? Also ihr könnt da einfach einen mega krassen Bogenschützen hinten haben. Und der lässt dann einfach alles explodieren. Super cool. Also das Buch ist wirklich einfach nur krank. Schon allein, Siegeshymne alleine ist schon super stark. Das Vorbild, mega stark. Da könnt ihr einfach Power Stacks machen, alles überrennen. Das hier ist schon ein super starker Zauber. Ja, das hier ist okay. Und das ist nicht so nützlich. Aber es ist insgesamt ein super starkes Buch, in meinen Augen. Ach toll, jetzt habe ich unfreiwillig die Aufnahme beendet. Nervig. Ja, wird es. In meinen Augen ist es halt einfach super klasse. Jetzt hätte ich euch mal gucken können, was das nächste Buch ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass diese Dämonen-Dinger hier, diese beiden Feuer und das Materium, glaube ich. Und das ist nochmal ein Dämon. Nehmen wir einfach mal diese beiden nach vorne, weil die weiß ich auf jeden Fall noch. Das müsste das Materium-Buch sein. Buch der Feuerprobe. Ja, mega geil. Einfach schon wegen Meteor-File. Also egal, Meteoriten-File, Entschuldigung. Für Fernkampfstrategien absolutes Muss. Müsste draufgehen, wenn ihr im Late-Game richtig Stornzen haben wollt. Auch hier habt ihr wieder angrenzten Feind. Vier Schaden hinzu. Super gut. Natürlich nur vier in Anführungszeichen, aber halt zwölf, wenn er dreimal angreift. Sehr, sehr, sehr gut. Kombiniert natürlich mit Versucher-Pfeilen. Also dann nimmt der EC vier Bogenschützen und das ist halt... Muss ich eigentlich nochmal spielen. Einfach mal aus Spaß nicht aufzunehmen. Einfach nochmal so ein Fernkampf-Löle, wo man einfach nur durchzieht mit allen Buffs. Ist schon extrem krank. Da braucht ihr die Pfeile halt. Lavaausbruch. Zwei Felder mit Visier. Und dann kriegt ihr halt Schaden brennend verlangsamt. Und alles wird in Flammen versinken. Ganz cool. Stärkt das Schmelztiegel. Die Stadt wird einfach erhöht. Ja, wie immer. Ihr solltet nicht kämpfen müssen. Aber natürlich 40 Befestigungszustand ist schon pervers viel. Wenn das irgendwie nötig habt, euch gerade irgendwie zu verteidigen, dann ist das eine gute Sache. Dann werdet alles provinzzerstört. Kennen wir wie immer. Das gibt es ja immer ein paar. Diesmal wird es ins Uldland verwandelt. Und 20 Schaden. Und wir haben Meteoritenschau. Auch eine sehr gute Sache. Zwei Meteoriten schlagen bei Anwendung sowie zu Beginn deiner Runden neben zufälligen Feinden ein. Und jeder macht halt Schaden innerhalb von einem Umkreis. Drei Runden lang. Ist ganz cool. Kostet natürlich auch recht viel dafür. Da würde ich immer diesen Insta-Kill lieber nehmen. Oder eine Beschwörung. Aber ist okay. Meteoriteneinschläge ist das ähnliche Prinzip. Eure Helden können auch diesen krassen AOE-Effekt haben. Sehr, sehr stark. Kann ich nur empfehlen. Und die Großgießerei ist auch noch cool. Kriegt halt mehr Gold. Und Einberufung. Ja. Allein wegen Meteoritenfeile schon super, super stark. Der Rest ist okay. Also das braucht man ja nicht wirklich. Meteoritenschauer, finde ich. Da gibt es bessere. Aber kann mir auch jemand anderes sagen. Das ist halt, ja, passiv. Deswegen ist es gut. Meteoritenfeile macht es halt schon sehr gut. Wegen Meteoriteneinschlägen auch. Aber hauptsächlich eigentlich für Fernkampfstrategien dann. Alles andere würde ich da nicht hingehen unbedingt. So, jetzt diesmal nicht die Aufnahme beenden. Ja, also wie gesagt ist es sehr gut dadurch. Aber es ist halt sehr situativ. Es ist nur für Fernkämpfe, in meinen Augen, zu nehmen. Du nimmst halt nicht nur für die Helden. Da bist du halt, glaube ich, wenn du das nimmst, nur um dir eine Helden zu werfen mit dem krassen AOE-Effekt, dann bist du in so einer Position, dass das Spiel eh gewonnen ist. Da ist das Buch scheißegal, was du nimmst auf Deutsch. Also komplett Wurst. Warum sollte ich dann das Buch noch nehmen müssen? Deswegen sage ich einfach mal B. Es ist halt Meteoritenfeile, allein bringt es auch B. Der Rest ist halt alles so, ja, kann man aber auch einfach sein lassen. Brauchst du jetzt auch nicht unbedingt. Von daher passt das schon. Ja, dann Buch des Dämonenportals. Machtkampf finde ich sehr cool. Wenn du irgendwie billig Unholdeinheiten bekommst, dann kriegst du eine Unholdeinheit, die töten sich ja gegenseitig, dann kriegst du eine Unholdeinheitstufe höher. Und dann kannst du es nämlich schaffen, wenn du Unholde 4 nimmst. Das wären zum Beispiel diese Chaos-Schlinger. Kann ich euch auch noch empfehlen, mal die Strategie zu spielen. Ist ganz cool. Diese Chaos-Schlinger sind ja auch Unholde. Das heißt, beschwört er einfach, weil ihr könnt ja, wenn das gescheit macht, konstant diese Viecher beschwören. Beschwört einfach immer zwei Chaos-Schlinger und dann lasst ihr die kämpfen. Dann kriegt ihr über Barlow raus. Also T5-Einheiten, diesen fetten Barlow, den man normalerweise nur im Fünferbuch bekommt. Extrem stark, die Kombination. Also wenn ihr mal cheesy machen wollt, macht das. Bleibt einfach passiv in eurer Stadt. Macht, bis ihr Chaos-Schlinger beschwören könnt. Beschwört die konstant und haut dann die ganze Zeit diesen Zwist raus. Wo ist es? Da. Machtkampf raus. Genau, so heißt es. Ist auch relativ günstig, wie ihr seht. Ja, dann töten die zwei sich und dann kriegt ihr einfach Barlow. Und das könnt ihr konstant wiederholen. Macht auch extrem viel Spaß, ist aber sehr cheesy. Aber das kann man durchaus machen, ist eine Strategie. Kann man auch mal, eigentlich sogar ein Video zu machen, aber machen wir da beim nächsten. DLC, oder ihr könnt es einfach selber mal spielen. Dämonische Beschwörung. Freie Stadt ins Visier, die dein Versal ist. Beschwört zwei zufällige Unholden der 3- und 4-Stufe unter deiner Kontrolle, also meiner. Ich tue weniger Beziehung und ihr verliert Völk. Finde ich auch eine sehr thematisch coole Sache. Kann man auch sehr gut machen. Ich meine, Stufe 4 Unholden nimmt man immer gerne mit. Warum nicht? Stufe 3 oder 4 ist natürlich wieder so ein bisschen ein Münzwurf, aber trotzdem ganz cool. Höllen Flammen. Ja, wir kennen es wieder hier. Zielprovinz, Angrenzprovinz ist irgendwie so ein Angriff. 20 Schaden und verwandelt das in Öldland. Interessiert keinen Menschen, um ehrlich zu sein. Ein Gremlin-Belagerer wäre dann ein Anhaltender-Stadt-Zauber. Dann kriegen wir halt, ist aber glaube ich auch bei Gegnern zu benutzen. Dann kriegt der Gremlin pro Runde, was ganz cool ist. Ich da bis zu 5 finde ich tatsächlich gar nicht schwach. Kann man gut benutzen, wenn das halt auf den Gegnern stattnimmt. Ich finde generell dieses thematische hier super cool. Dämonenwesen ist eine erhebliche Volkstransformation, nicht vergessen. Ich will ganz viel Schwäche dazu. Und ja, was kriegt ihr mit Unhold mittlerweile? Früher hat der wenigstens Immunität gegen Brennen. Jetzt kriegt der Ödniswanderung. Yay. Und zwei Feuerwiderstand. Hä, das ist halt komplett schlecht. Aber er kriegt wenigstens noch Raserei, wodurch er gestärkt bekommt. Aber hast halt durch diesen Nerf von Unholden komplett dumm geworden einfach. Also ich meine, das ist ja kein Trade-off. Zwei Feuerwiderstand, Ödniswanderung, komplett Lächer. Der kannst du auch einfach weglassen. Also dann, das ist ja nur Schwäche. Lass das bitte weg und gib mir dafür einfach Plus, ich weiß nicht, irgendwas anders halt. Und dann können wir auch fliegen wie der Raserei. Da ist natürlich die Engels-Transformation. Um ein x-faches besser. Dann haben wir das coole Dämonen-Poetal. Dann könnt ihr nämlich Einheiten der Unholden von Unholdenspiele rekrutieren, was ganz cool ist. Und es fungiert als Teleporter. Ist nicht so gut wie das Chronos-Portal, was ja auch ein Buch früher kommt. Aber ja, kann man auf jeden Fall machen. Und die Dämonische Hymne. Solange diese bla bla bla, dann, also der Held, ne. Nach ihrem Tod verwandeln sie in Unholden Stufe 1, finde ich cool. Und kann auch Stufe 2 sein. Ist eine ganz coole Sache, kann man mitnehmen. Wie gesagt, thematisch finde ich das sehr stark. Dämonenwesen ist in meinen Augen aber sehr schlecht. Ist einfach so, vor allem wenn wir es mit Naga vergleichen. Alter Falter. Naga ist um ein x-faches besser. Warum sind die so schwach? Naja gut, es ist eine Entscheidung. Rämlin ist cool. Machtkampf ist absolut Schießstrategie. Damit könnt ihr ein Spiel gewinnen. Aber macht es halt natürlich auch wieder sehr nischenhaft. Nicht jetzt irgendwie brillant. Ja, wo haben wir denn eigentlich? Ich habe es doch eben gedacht. Das ist es, ne? Oh Gott. Jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube, das ist es. Ja, müsste sein. Ja, ich finde, das macht es halt Richtung B. Es ist eine Schießstrategie, wo man sagen kann, ja, damit kannst du ein Spiel gewinnen. Aber es ist halt nicht so wie beim Vorbild, wo du sagst, du kannst mit dem gesamten Buch einfach alles machen, was du willst. Du musst halt schon sehr drauf spielen. Ich würde es schon hier vorne anwenden. Jetzt nochmal vergleichen. Na gut, es muss auf jeden Fall besser sein als das hier. Das ist klar. Also wäre es schon A-. Da habe ich auch Flammenspross nach vorne. Ich muss nochmal gucken. Ich glaube, ich muss sogar das hier zu B setzen. Und das dann in A. Weil Flammenspross ist ganz nett. Diese Armee herbeirufen habe ich, glaube ich, ein bisschen. Also es ist gut. Auch dieses 5-Schaden-Brennen ist ein guter Aktivator. Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich so tauschen. Dann ist es realistischer in meinen Augen. Ich kann mich aber irren. Dann könnt ihr ja eure Meinung immer gerne sagen. Ihr wisst es ja. Jetzt muss ich suchen. Ich glaube, das ist das Nächste. Ich bin mir aber absolut nicht sicher. Natürlich, ich wusste, dass es so ist. Schneidet den Rest raus. Buch der Vergessenheit. Schlaf der Vergessenheit. Eine anbietet der Einheit, die kein Held ist, stirbt. Nach zwei Runden wird sie mit 75% ihre gesamten Trefferpunkte wiederbelegt und mit Tollheit belegt. Finde ich ganz cool. Aber irgendwie auch komisch. Aber ja, kann man machen. Ja, kann man halt den Gegner gut rausnehmen. Und dann so ein bisschen verzögern, dass sie wieder rauskommt. Tollheit ist natürlich auch noch so, dass sie andere Einheiten angreifen. Ritual der Somnia. In der feindlichen Zielarmee zu Beginn des Kampfs haben alle betäubt. Zwei Runden betäubt zu werden. Sehr gut. Auf die Weltkappen. Egal. Keine Rechtsstaatfehler korrigieren. Also ja, ist auch ganz cool, finde ich. Tatsächlich beides sehr coole Zauber. Lebendigen Nebel kann ich nichts mit anfangen. Wer mit anfangen kann, coole Sache. Ich finde nicht gut. Der Gedankenschlag, ja, der hat es halt, umgeht alle Rüstung und Widerstand. Das ist richtig. Und es ist eine Kampfeinheit. Das heißt, ihr könnt die auch buffen. Aber ich weiß nicht, er kann halt sonst nichts. Es ist halt kein krasses Fliegen oder sonst alles ätherisch. Ich glaube, ja gut, dadurch kann er ja glaube ich dann auch fliegen. Er schwebt, nicht fliegen. Ja. Weiß nicht. Wenn ihr mir mal irgendwas sagen könnt, wo ihr da eine krasse Strategie für habt. Aber er ist halt nicht so krass tanky. Kriegt nicht die krassen Schildeinheiten buffs. Kriegt halt nicht. Er hat keinen Fernkampfangriff. Weiß nicht. Ich habe da selten gute Erfahrungen gemacht. Aber es ist zumindest eine, die man waffen kann. Von daher sollte man sie zumindest berücksichtigen. Verschlingende Leere. Aber schon eine verschlingende Leere im Umkreis von irgendwas. Queren. Ja, okay. Im Umkreis hört sich jedes Mal um ein Feld. Ja, ist okay. Neben der Tollheit irgendein Stadtzauber. Wir kriegen Leute Tollheit. Wieder, ne. Wenn es visiert eine verbündete Stadt, dann ist halt nicht so nützlich. Könnte aber defensiv natürlich nutzen. Geistesermalmung. Das ist sehr cool wiederum. 30% Tollheit hinzufügen kann man durchaus nutzen. Von daher, okay Buch. Ja, okay Buch heißt Buch des Astralspiegels. Ja, danke für den Spiegelimitator. Ist nicht so mein Spielziel. Ist sehr cheesy, ne. Ihr könnt imitieren. Verwandelt sie in eine feindliche Einheit. Kopiert dabei deinen Status-Effekt und Verzauberung. Finde ich ganz cool. In einer höheren Stufe schwächer. Bei einer niedrigen Stufe stärker. Okay. Ja. Ja. Mythische Einheit kann man nicht buffen. Ist halt so, ne. Hast du eine geile Einheit beim Gegner. Ja, dann nimmst du sie rüber. Aber ganz ehrlich. Das sind so Gimmicksachen. Da kann ich nicht so viel mit anfangen. Wer da Spaß dran hat. Ja, dann bitteschön. Astraloffenbarung. Sichtweite ist komplett nutzlos. Astralreflexion beschwören. Beschwör zwei Astralreflexionen. Der verbundenen Zieleinheit. 50% Schaden. Kann keine andere Einheit beschwören. Ist okay. Keine Helden. Keine Kampfbeschwörung. Oder mythische Einheiten. Also kann man halt einfach so zwei Kopien nutzen. Das ist sehr cool eigentlich. Ich habe ihn aber auch noch nie benutzt, weil ich das Buch einfach nicht so mag. Wegen dem schon alleine. Spiegeltrohen ist irgendein Stadtbauwerk. Auch da Verteidiger erhalten irgendwas. Astralreflexion. Wer interessiert es? Und dann haben wir noch was für Schildeinheiten. Was ganz cool ist. 50% des erlittenen nicht physischen Schaden. Geht zurück. Also so eine Dornen-Aura für Magie. Ja, ist ganz cool, wenn er auf Schildeinheiten spielt. Aber da gibt es halt meistens bessere. Und da haben wir dasselbe auch nochmal hier. Finde ich nicht so gut. Ein schnelles Urteil gibt ein schnelles C. Ich finde es nicht so gut. Ich mag die Einheit nicht. Ist mir zu Gimmick. Das ist halt eher so eine Spaßsache. Da kannst du es aber nicht wirklich irgendwie kompetitiv bezahlen. Finde ich zumindest. Das weiß ich auch, dass es eins ist. Das ist Schnitterbuch. Da haben wir die Schatten nämlich auch durch. Buch des Schnitters. Ja, Seelenabsauger errichten. Kriegen wir einfach Seelen. Verwesende Zombies, Befestigung, Schaden. Ist ein Belangungsprojekt. Ganz nett. Tod geweiht. Schwächungszauber. Verwesender Zombie wird da unten jetzt angezeigt. Aber an sich geht es nur um 15 freischeidbaren Schaden. Dann Moral. Angrenzenden Feld. Auf einem kommt ein verwesender Zombie. Ist ganz cool. Und Visionen des Todes belegt. Dadurch kriegt ihr am Ende der Runde immer 15 Schaden. Ja, ist ganz nett. Große Wiederüberlebung. Ist ganz cool. Eine Zieleinheit wieder, die kein Held ist. Als korrupte Seele, falls sie kein Untoter war. Oder mit 100 Prozent, wenn sie ein Untoter war. Sehr gut. Kann man auf jeden Fall machen. Und ihr könnt die dann auch nochmal kontrollieren. Als korrupte Seele, wenn ihr wollt. Bevölkerung ernten. Ja, ist wieder Seeleneinnahme. Brauchte ich nicht bei meinem Nekomandenspiel. Bin ich auch nicht so weit gekommen, muss ich sagen. Schnitter. Natürlich mit dem Buff, den er jetzt bekommen hat. Extrem stark. Einfach wegen Finger des Todes. Könnte einfach alles anvisieren. Das kann 60 Prozent Chance haben zu sterben. Und kriegt 45 Schaden. Ohne, dass es Widerstand dagegen was machen kann. Wenn er nicht den tötet. Für eine Aktion, nicht für drei. Es war früher meine ich mal drei. Aber die als Gegner im KI-Kämpfen zu haben. Auf irgendwelchen alten Wundern oder so. Ist extrem nervig. Also wirklich. Das ist wirklich ätzend. Ja, und ihr kriegt die halt noch so gestärkt. Und temporär HP. Wie gesagt, wir gehen nicht auf alle Einheiten ein. Hat sehr viel HP. Aber ist eine T5-Einheit natürlich. Deswegen hohe Verteidigungswerte. Auf jeden Fall sehr coole Einheit. Kann man definitiv mitnehmen. Großer Leichenverbrauch. Könnte eine Leiche verschlingen. Kriegt gestärkt und HP zurück. Ja. Ist okay. Ich finde es halt ein bisschen zu viel mit dem Seelen sammeln. Das hier finde ich auch. Ja, weiß nicht. Also die Einheit ist ja sehr stark. Wiederbelebung kann man immer mitnehmen. Aber haut mich jetzt auch nicht vor dem Socker. Socker. Socker? Socker? Socker. Mein Gott. Genau. Es wird schon spät hier. Ja, ich würde es bei B-1 einordnen. Bei C nicht. Weil die Eier ist schon sehr stark. Von daher passt das schon. Jetzt müssen wir ein bisschen suchen. Also wir haben ja noch die Add-on Sachen. Das kann auch sein. Na, durch sind wir noch nicht. Wir haben 4, 8, 9. Doch, wir haben schon, glaube ich. 4, 8, 9, 10, 11. Aber wir sind schon fast durch. Also müsste ich gucken, wo wir uns Placeholder nehmen. Nein, eins fehlt uns noch. Und zwar das ultra coole Materiumbuch. Natürlich. Buch des Goldenen Reichs. Denn da kriegen wir den absolut geilen goldenen Golem. Der ist so brutal stark. Das ist ekelhaft. Wirklich. Also gegen den zu kämpfen macht schon keinen Spaß. Weil er goldene Fluch hat. Jeglicher verfluchte Nahkämpfer, den angreift, kann einfach zu 60% mit Gold verlegt werden. Das ist halt, wenn du das in so einem normalen KI-Stack hast, bei irgendeinem verdorbenen Werkstatt, wie es heißt, bei den Plagen, ist das so ätzend. Und dieses Viech ist so stark. Und hat einen goldenen Gegenschlag. Verteidigungsmodus hat diese Einheit unbegrenzt Gegenschläge. Das heißt, ihr könnt konstant nicht wehren. Und dieses Viech macht halt auch noch sauviel Schaden. Ihr seht, alle vor goldenen Einheiten. Also wenn ihr dann die Nahkamp-Einheiten draufgehauen, dann gebt ihr denen einfach auch noch 45 Schaden. Und wenn welche getötet werden, kriegt auch noch 10 HP zurück. Das ist ein vernichtete Riesen-Kavallerie. Also Wahnsinn. Goldene Spaltung. Könnt ihr auch wieder vor goldenen hinzufügen. Was zum Teufel. Und ja gut, ist halt dann wohl nur in Anführungszeichen in einem Kegel, um einen Feld Schaden zu. Aber was zum Teufel, ey. 155 HP, 6 Rüstung, 5 Widerstand. Ist ein Konstrukt. Könnte also auch noch geil Waffen. Mit den neuen Sachen von Empires and Ashes. Will ich auch mal irgendein Video zu machen, wenn nächste DLC rauskommt. Und es hat eine Stangenwaffeneinheit. Die ja trotzdem, also ist nicht offiziell. Mir kann nicht mehr gewafft werden dadurch. Auch wenn hier oben noch Stangenwaffen einer steht. Hat aber trotzdem alle Vorteile der Stangenwaffe. Heißt immer diesen Schaden gegen Kavallerie. Das ist halt das Krasse. Und Erstschlag und den Ansturmwiderstand. Was das Viech halt brutals macht. Dann haben wir noch Goldberühren. Was auch noch ganz cool ist. Kriegt zwei Widerstand dazu. Ist nur eine geringfügige Transformation. Kriegt man also einfach on top. Könnt da mitnehmen. Kriegt viel Geld dazu. Zwei Widerstand ist solid. Die Luxusmärkte sind auch sehr cool. Ihr könnt zwei Widerstands pro Runde jetzt kaufen machen. Könnt das günstiger machen. Wenn ihr das mit dem Betriebssammt vermischt. Hier Luxusmärkte. Dann kriegt ihr glaube ich. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt die Prozent in meinem Kopf. Das kann so 50 bis 70 Prozent sein. Die ihr jetzt kaufen verringern könnt. Damit könnt ihr einfach komplett snowballen. Und einfach jede Einheit kaufen. Wie ihr Bock habt. Vergoldene Explosionen. Ein Feld erhalten 90 Prozent vergoldet. Kennen wir jetzt auch. Das ist halt das Thema hier. Da reicht der Goldgum schon meistens. Oder wenn ihr das benutzt. Und dann mit dem Goldgolem. Diese absolut lächerliche Fähigkeit. Mit allem vor Goldenein. Im Umkreis von drei Feldern. Drei. Das ist ein riesiger Umkreis. Könnt ihr den nochmal massiv Schaden machen. Und ihr habt noch eine Reagenzchen. Verrefernerie. Zehn Gold. Zehn Nahrung. Und zehn Einwurfen pro magischem Material. Ist ganz nett. Ganz cool. Und noch ein Gebäude. Was hat der Wunder. Zehn Gold. Fünf Gold pro einzigartiger Angriffe. Also eigentlich alles. Und güldene Magie. Ihr könnt auch vergolden machen. Wenn ihr krittet. Mit Magieangriffen wohl nur. Ein extrem starkes Buch. Schon allen wegen der Einheit. Aber der Rest ist auch schon ein super Paket einfach. Auf jeden Fall. Es kommt auch damit rein. Ich glaube das ist sogar noch besser. Die Einheit ist auch super stark. Weil ich persönlich hier mit Liebe spiele. Weil ich halt. Ich liebe es. Die Einheiten Strategien zu buffen. Also ich mag die Einheiten Klassen. Und die dann bis zum Maximum zu buffen. Danach mit so einer 200 P. T3 oder T4 Einheit. Hier ist es ja eine T4 Einheit. Einfach durchzuwalzen. Das macht am meisten Bock für dich persönlich. Jetzt kommen wir die zwei Add-on Sachen. Dann nehmen wir einfach welche hübsch sind. Was sieht so ein bisschen. Das hier sieht aus wie Sturm. Das wäre das Nager Buch. Kommen wir natürlich zu. Habe ich ja schon ein bisschen gespoilert. Ist auch super. Und dann gibt es noch das. Ja dieses komische Spalten Buch. Nehmen wir einfach mal das hier. Fangen wir mit dem Nager an. Buch des Sturmreiters. Ja. Wir haben Sturmbringer. Diese Einheit ist erwerstkrank. Es ist eine T4 Einheit. Plänkele Einheit. Ich liebe diese Einheit. Die ist so lächerlich stark. Das man schon vermeiden will sie zu nehmen. Weil sie einfach mit ihrem normalen Nackenangriff. Zwei weitere Einheiten angreifen kann. 20% des Schadens zufügt. Jetzt kombiniert das mal mit den. Hier. Wie heißt es nochmal. Ach Gott. Hier Explosionswaffe. Komm. Hilf mir. Komm. Sag dir nichts Leute. Hier. Hier. Wo ist es? Buch der Verwüstung. Ja. Habe ich doch gesagt. Leute. Flammstoßwaffen. Dann könnt ihr. Wenn die noch sterben. Kriegen die alle 20 Schaden. Ihr könnt die Crit-Treffer erhöhen. Das ist alles. Das ist eine Plänkele Einheit. Denkt dran. Plänkele Einheiten sind sehr gut bestückt. Mit Buffs. Die können so viele gute Buffs mitnehmen. Mehr als Fernkämpfer halt. Und ihr könnt mit diesem Nahkampf Alpha brutal zuschlagen. Dann habt ihr aber auch noch. Eine super Fernkampf Einheit. Die auch in der Linie Schaden macht. Mit einer einfachen Aktion. 28 Schaden und einen Debuff hinzufügt. Das Ding ist richtig lecker. Hat natürlich nicht so viel HP. Ja. Aber halt auch nicht wenig. Und nicht so viel Rüstung wie jetzt in den Nahkampf. Schildeinheiten oder sonst was. Aber extrem krank. Ich liebe das Ding. Naga Transformation. Super stark. Jetzt vergleicht bitte diese ganzen Sachen. Ja. Okay. Wir können nicht mehr reiten. Ja. Oder Beinausrüstung behalten. Okay. Aber wenn ihr nicht auf Kavallerie geht. Was ihr hier alles kriegt. Jetzt vergleicht das doch bitte mal mit diesem blöden Dämonenwesen. Wo ist es? Hier Dämonen. Portal Dämonenwesen. Ihr kriegt Unhold. Wodurch ihr netto 2 Feuerwiderstand kriegt. Redniswanderung ignoriere ich. Und netto 2 Feuerwiderstand. 4 Frostwiderstand weniger. Und 4 Geistwiderstand weniger. Jetzt gehen wir nochmal zum Naga. Und vergleichen einfach nochmal nüchtern. Ganz nüchtern. Ihr kriegt 2 Verderbenswiderstand. 2 Blitzwiderstand. Immunität gegen elektrifiziert. Entschlüpfen. Wodurch ihr auch noch und sterblich werdet für eine Runde. Ihr kriegt amphibisch. Okay. Das ist was nebenbei. Aber hohe Geschwindigkeit. Yes. Also ich würde die immer nehmen. Wenn ich keine Kammerie habe. Einfach immer die nehmen. Als erhebliche Transformation. Das ist die beste die es gibt. Punkt. Wer was anderes sagt. Ja. Könnt ihr mir gerne argumentieren. Natürlich. Dann gibt es halt diese Sachen. Die natürlich die Küstenprovinz verbessern. Ja. Ist nett. Hier nochmal. Auch ganz cool. Wenn ihr mit Küstenprovinz spielt. Blitzsturm ist sehr cool. Weil halt sehr viel Schaden. Zu viel elektrifiziert wird. Hier voll ausgenutzt. Natürlich auch. Das machen ja die ganzen Einheiten hier auch. Und dadurch wird der Schaden immer noch weiter. Und hier wird zu Sumpf. Ja. Als Terraform so ein bisschen. Ja. Wolkenbruch ist. Ja. Okay. Ja. Aber ihr könnt halt. Das glaube ich ausnutzen. Mit den Nass. Könnt ihr wieder ausnutzen. Mit anderen Fähigkeiten. Wodurch ihr halt wieder mehr Schaden verursacht. Ne. Elektrifiziert ist ja nichts anderes. Als. Das Blitzschaden vor Runde. Und ich glaube mit Nass. Kannst du hier nochmal. Genau. Blitzwiderstand verringern. Und dadurch machst du halt noch mehr Schaden. Was das Ganze sich noch kranker macht. Dann haben wir hier diesen überspringende Waffen. Das heißt. Ihr kriegt diese Fähigkeit. Die die Sturmbringerin hat. Auf euren Helden nochmal. Das heißt. Ihr könnt hier AOE stacken. Kann man auch beim Helden machen. Kann man hier mit männlichen Büchern machen. Hatten wir eben ja schon ein paar. Kann sehr viel rausrotzen. Super stark. Einfach diese beiden Sachen sind einfach so stark. Plötzlich der Blitzsturm ist super. Weil das einfach so ein dauerhafter Zauber ist. Sechs Runden lang. Wird der wiederholt. Dieser Zauber wird für die nächsten sechs Runden zu Beginn jeder Runde wiederholt. Für den 35. Hier unten. 35 Kampfzauberpunkte. Was? Das ist ja komplett lächerlich. Also super 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 stark. Und mit Küsten kriegt ihr auch noch wirtschaftlich was dazu. Extrem gut. Gut. Ja. Also das wäre jetzt der Platzhalter dafür. Auf jeden Fall S. Also mit oben dabei. Plänkler Einheit danach. So war die Transformation ist göttlich. Muss einfach da rein. Und dann gehen wir noch zu dieser. Diesen vom Empire as an Ashes halt. Buch der Trennung. Genau. Wusste ich, dass es so heißt. Wir haben ein Nullschild. Jo. Gibt sich eine verzauberte Einheit in den Verteidigungsmodus. Kriegen die Schadenswiderstand. Was ist das? Total langweilig. Also klar. Schadenswiderstand bin ich wahrscheinlich einfach so dumm zu nutzen. Oder zu sagen. Ey. Ist nicht stark. Doch. Ist natürlich stark. Aber ganz ehrlich. Du musst im Verteidigungsmodus gehen. Und dann kriegen angrenzende Einheiten das. Okay. Endgültige Verbannung. Alle Leichen auf der Karte, die keine Hellen sind, werden zerstört. Pro zerstörte Leiche erhalten Verbündete. Gestärkten Widerstand. Temporäre Trefferpunkte. Ja. Ist. Ja. Eine Adeptenfähigkeit. Genau. Ist halt. 50 Kampfzau. Wir haben eben was gesehen, wo man 6 Runden lang Blitzschaden macht. Und elektrifiziert auslöst. Für 30. Hier bezahlen wir 50, um ein bisschen gestärkten Widerstand zu bekommen. Im Bestfall. Im Bestfall. Und ein bisschen HP. Wenn ihr schon 10 Einheiten umgebracht habt. Dann braucht ihr das auch nicht mehr. Aber. Ja. Dann Astral Trennung. 10 Einheiten magischen Ursprungs. Das ist ganz nett. Könnt ihr einfach direkt töten. Aber auch da. Da ist dieses Zermalmende Erde. Hat auch 60%. Tötet einfach alles bis C3. Hier könnt ihr aber auch T4 und T5 Einheiten töten. Und. Ja. Die kriegt dann sonst Verwesung. Kennen wir ja schon. Und gestört. Ja. Ist. Okay. Aber ich finde Zermalmende Erde einfach besser. Aber Zauberschutz beschwören. Leere Provinz. Kein altes Wunder. Fungiert als Zauberblocker. Ja. Gut. Zauberblock für diese und angrenzende Provinzen. Das heißt. Da könnt ihr einen Kampf halt in Zauberblocker provozieren. Finde ich halt immer sehr gimmicky. Gimmicky. Solche Sachen. Weiß nicht. Ob das so sinnvoll ist. Dann haben wir durch Trenner Golem. Er hat tatsächlich wiederholbare Angriffe mit 16 Schaden. Sehr stark. Muss man sagen. Und. Fügt angrenzenden Feinden. 50% des Schaden zu. Also sehr. Sehr. Sehr gut. Und geschwächt. Habe ich bisher noch nicht mitgespielt. Aber natürlich sehr cool. Müsste auch ein Konstrukt sein. Das heißt. Ihr könnt es auch wieder mit Konstrukt Sachen waffen. Dadurch natürlich sehr stark. Einfach die Fähigkeit hier. Also dieser normale Angriff, den er hat. Ist schon super cool. Ist natürlich eine mythische Einheit. Also wieder nicht buffbar. Ihr wisst es. Und wir haben 130 HP. Okaye Werte. Ist eher so ein Kampfmager. Dann muss es ja sein. Dann haben wir das Entfernungsfeld. Kostet keine Aktion. Jede verbündete Einheit im Umkreis von zwei Feldern. Verliert einen negativen Status-Effekt. Kann man also auf jeden Fall mitnehmen. Die Eilse einer pro Einheit, die das verloren hat. Drei Runden gestärkt. Also kann man ordentlich Damage buffen. Was diesen ultra krassen normalen Zauber. Der hat natürlich noch mehr eskalieren lässt. Magische Störung. Bist du drei zufällige Feinde. Irgendwelche. Allein 30 Frostschalen. Was auch ganz cool ist. Und gestört werden sie. Das heißt wieder. Die Einheit in Verzauberung sind weg. Finde ich sehr cool. Die Einheit ist sehr stark. Der Rest ist halt nicht so super. Hier kann man wieder gestört hinzufügen. Einheit in Verzauberung weg machen. Ich glaube ein Multiplayer kann das sehr gut sein. Wenn man Einheit in Verzauberung weg macht. Ist glaube ich brutal Multiplayer. Ich finde es im Singleplayer nicht nötig. Aber man hat zumindest noch mal eine extra Waffe. Der gibt wohl nicht auf Schild. Er hat mir gesehen. Nur auf Kampf. Also wie soll man es. Naja der ist ja gar nicht so. Er hat auf jeden Fall diese vier Typen. So kann man es sagen. Der Durchtrainer Drohlem ist ziemlich cool. Meister der Zerrüttung finde ich ja nicht so sinnvoll. Also wieder Multiplayer bestimmt ganz cool. Ja. Also der Durchtrainer Drohlem ist sehr geil. Der Rest ist okay. Steuern und Klingeln kann man mitnehmen. Wenn man auf Stangenwaffen spielt. Oder Lenkler. Aber da würde ich halt lieber die Naga nehmen. Da ist der Placeholder hier. Ich würde es bei B einordnen. Also mich flashst nicht. Obwohl der Golem schon cool ist. Also ich würde es schon hier noch nach vorne nehmen. Schnitte war alleine. Ich würde das übrigens auch noch. Das hat ja keine Einheit dazu. Deswegen kommt das noch ein bisschen weiter. Jetzt müsste ich hier noch ein bisschen her schieben. Wollen wir aber jetzt gar nicht drüber reden. Die sind im B auf einem Level. Habe ich ja jetzt schon mehrmals erklärt. Das ist wie immer meins. T4 ist schon sehr stark. Ich finde 3 hat noch immer so den höchsten Spike. Aber ihr merkt halt ich habe 3 S Bücher hier. Was ich eigentlich glaube ich in keinerlei Tierliste habe. Weil natürlich dafür schon richtige Bolzen dabei sind. Die richtig stark sind. Ich meine auch die hier oben sind ja alle sehr stark. Generell sind die alle gut. Außer die beiden finde ich halt nicht persönlich so gut. Aber diese 6 sind schon sehr 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 gut. Und strategisch gesehen sind halt für irgendwelche Einheitenspezialisierungen das hier super wegen dem Vorbild. Und das Buch ist halt in meinen Augen nicht schlagbar. Das kann nicht geschlagen werden in meinen Augen. Das ist mit dieser Transformation. Ihr habt dann super 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 krass Einheit. Und so ein krasses Kampfzauber der auch noch alles noch fördern kann von dem was ich will. Das ist ungeschlagen. Naja ihr könnt ja mal eure Meinung sagen. Jetzt wisst ihr was ich meine. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein.